Bergwassel Ein Bergwassel Rind nehmen weg daher Rind hinum und herum und weischt allweil mehr Jetzt Brindl und Tripfe nimmst du mit dem Getäuer innen mit Ist Glas klar und alles kalt zum Bohnen Das Wasser vom Berg rind um und stein und das ganze Bachbett kannst du immer lange nicht die Bachsteine die könnten das genau verzönen wie oft das Bachbett schon hätte mitnehmen wollen es rind so friedlich als könnte es das nie geben das Wild weischt das Bachbett und tracht noch dein Leben ein Wetter viel Regen und schon ist es vorbei aus dem Bachbett weischt ein Bach und reißt und grob ein und alles was am Weg ist das nimmst einfach mit zum aufzuhalten wäre so ein Bach nicht Steine, Bäume und Wurzeln reißt es aus macht auch nicht Halt vor einer Brücke oder einem Haus und du musst dich da schon dir fragen was hat das Bache als Acher da tragen dass das Wasser ganz allein in ein paar Minuten so viel kann er tun und wir haben die 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 die